Die Wo-Wer-Nicht-Hier-Show! Hallo zusammen. Heute geht's um die Karriere am Bayerischen Untermain. Dazu begrüßen wir unsere Kandidatin Anni aus Alzenau. Hallo! Was schleppst du denn da mit dir rum? Das ist meine Karriereleiter. Damit will ich in der Region Karriere machen. Aber die brauchst du doch gar nicht. Karriereleitern stehen doch bei uns überall herum. Zum Beispiel bei Weber in Nilkheim. Da kannst du Karriere machen. Oder bei Nu Kim in Alzenau oder bei den regionalen Sparkassen. Oder schau dir die Helios-Klinik in Erlenbach am Main an. Die suchen auch Fachkräfte. Hier bei uns am Bayerischen Untermain gibt es jede Menge Unternehmen. Stimmt eigentlich. Und wo diese Karriereleitern herumstehen, das seht ihr in der Jobbörse vom Bayerischen Untermain. Deine Karriere am Bayerischen Untermain. Tausende Jobs unter wo-wenn-icht-heat.com